Mann, das Lesen zieht sich wieder. Und dabei reiße ich mich doch immer wieder zusammen. Sage ich Mist mal wieder. Hab meine festen Zeiten. Und trotzdem. Aber hey, ich glaube es liegt an der Zeit. Die fehlt mir einfach. Wie soll ich denn auch zwischen der ganzen Arbeit, den Terminen und nicht zu vergessen den vielen Serien und Filmen und Social Media auch noch zum Lesen kommen? Kann mir das mal jemand sagen? Ich meine, ich würde ja gerne, aber die Zeit. Wer hat schon heute noch Zeit zu lesen? Ich glaube es ist ein bisschen. Ich meine, ich würde noch nicht eingehen.